Dieser kleine Wufi hier ist krank. Er und seine Doggo-Familie sind im Tierheim in Kroatien gelandet, aus wirklich schlechten Verhältnissen gerettet. Und dann leidet er auch noch an einer Viruserkrankung. Er wird aber super gut versorgt und ihm geht's hoffentlich bald besser. Ich bin hier im Tierheim Priatelli Civotinia in Kroatien und hier haben schon tausende Hunde eine neue Chance gefunden. Wie auch Cosmo hier ein total lieber Rüde, der aber immer noch sein neues Zuhause sucht. Wir sind mit dem Wohnmobil hierher gedüst und ja, Zelda ist auch mit dabei. Und diese kleinen Wufi-Dogs hier werden es leichter haben, eine Familie zu finden, wohingegen andere Hunde, besonders die Großen und Älteren, es schwerer haben. Aber die Mitarbeiter im Tierheim kümmern sich um alle mit unglaublich viel Einsatz. Diese Boxer-Familie hier kam mit total kaputtem Fell und krank ins Tierheim. Doch schaut euch die drei jetzt an, es geht ihnen langsam ein kleines bisschen besser. Das Leben für die Hunde hier im Tierheim ist nicht einfach, aber es ist besser als was sie vorher hatten. Missachtet, krank, verletzt und ausgestoßen. Und ich finde es so beeindruckend, was die Menschen hier für die Tiere leisten und machen.